Kannst du die anderen Links da noch mit eintragen? Mache ich auf jeden Fall. Hervorragend. So, Basti, was hast du denn Schönes? Wir haben vorhin ja mal, vielleicht war es in der Pre-Show, über Netflix geredet. Und völlig unabhängig von Netflix, mein Pick heute, ich wollte es nur mal gesagt haben. Angenommen, man möchte jetzt einen beliebigen anderen US-Service benutzen, den man der Geolocation benutzt. Hat man bisher immer VPNs genutzt und die sind nicht so cool. Die Lösung dafür ist ein sogenanntes DNS-Proxy. Und da gibt es zwei, die ich empfehlen kann. Was so ein DNS-Proxy im Grunde tut, soweit ich es verstehe, und das ist nicht besonders weit, man trägt sich einen, den, 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 der, 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 das hört jetzt die Sprache aus, ist auch schon spät. Man setzt sich den DNS-Server von diesem Anbieter als seinen eigenen DNS-Server ein und der leitet dann wohl die Anfragen, die an den Geolocation-Server gehen müssten, über deren Server. Das bedeutet, plötzlich kann ich, ohne mich in einen VPN einwählen zu müssen, mit meiner vollen Geschwindigkeit, zum Beispiel bei Netflix, da kann man Filme über MET angucken, das gibt es ja nur in den USA. Bei Miniflix habe ich vorhin gehört. Und bei Miniflix auch. Da kann man sich plötzlich mit voller Geschwindigkeit die Streams angucken. Und man muss nichts tun. Andersrum, man kennt vielleicht den Effekt, am Anfang war das so, wenn du den Google-DNS-Server verwendet hast, dass auf einmal alles aus dem App-Store unglaublich langsam geworden ist, weil Akamai gesehen hat, oh, du sitzt bei Google in Mountain View, wir schicken das erstmal von dort bis zu dir. Und umgekehrt können sie es eben auch so quasi falsch bestimmen, wo du bist. Genau. Und dann hast du gewonnen. Genau. Und das funktioniert ziemlich gut. Und zwar die zwei Dienste heißen zum einen Unlocator, Unlocator.com und SmartDNSProxy.com. Und das Schöne an dieser Lösung ist, dass ich einfach meinen Router zu Hause nehmen kann, mich in diesen Router einloggen und diese DNS-Server in den Router eintragen. Und plötzlich habe ich magischerweise auf all meinen Geräten zu Hause USA eingebaut. Allerdings muss man auch sagen, man möchte, dass der DNS-Server von einer vertrauenswürdigen Instanz betrieben wird. Ja, hallo, die haben einen Twitter-Account. Die sind voll vertrauenswürdig. Deswegen möchte man möglicherweise aufpassen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt in meinen Router, wenn ich dann alles... Ach, Leute. Was du immer noch machen kannst, ist, wenn du das in deine Router einträgst, dann hat deine PS3 das plötzlich, dann hat deine PS4 das plötzlich, deine Xbox One, dein Apple TV, dein iPad. Und bei den Services, wo du irgendwie sagst, bei den Geräten, wo du sagst, das möchte ich jetzt aber voll sicher haben, da trägst du einfach deinen normalen DNS-Server von deinem ISP wieder ein. Wobei man jetzt natürlich sagen müsste, muss, ob jetzt der DNS-Server von der Telekom sicherer ist oder vertrauenswürdig ist als der von Smart-DNS-Proxy, das sei jetzt mal dahingestellt. Also man merkt es zum Beispiel, wenn man diesen DNS-Server vom CCC benutzt hat, den sie aufgestellt haben. Und da sind, glaube ich, letzte Woche dann verstärkt Werbebanner für seltsame Sachen rausgefallen. Der ist halt gehackt worden. Das kann einem dann natürlich auch passieren, dass wenn der DNS-Provider irgendwie gerade einen kleinen Ausfall hat, dass dann nichts mehr geht. Und das ist, also ich kann es mir immer nicht entscheiden, so nehme ich jetzt den von Google oder nehme ich den vom ISP, weil die sind beide irgendwie nicht. Und dann ist der noch weniger. Aber er macht halt was für dich. Ganz genau, er macht was für dich. Also noch ein kurzer Hinweis. Ich habe jetzt da zwei Dienste vorgeschlagen. Die sind beide momentan noch umsonst. Der eine sagt, er ist noch in Becher. Der andere sagt, unser Service wird momentan von Firma XY, also die, ihre Firma, zu der sie gehören, die sponsern das momentan, bla. Und die tauschen auch nicht Werbebanner für sich aus und so schreiben irgendwelche Links um. Weißt du alles nicht? Weiß ich alles nicht, ist mir völlig egal. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich, können sie Links umschreiben? Also so wie die Technik funktioniert. Naja, sie können halt für irgendeinen, weiß nicht, Double-Klick-Net oder so, können sie halt ihren eigenen Server einsetzen. Ja. Und dann. Gut, bei Werbung geht mir das jetzt noch woanders vorbei. Aber ich sehe das Problem. Ja, also Augen auf beim DNS. Genau. Also im Zweifel trägt man sich das halt einfach nur irgendwie auf dem, also ich habe es mir zum Beispiel auf dem Rechner als in den Systempreps-Netzwerk als zusätzliche Location eingetragen. Da kann ich dann umschalten und dann läuft wieder alles über deren Anbieter. Also du nimmst es einfach nach Anwendungsfall. Ganz genau. So, ganz genau. Oder unterhalb vom iPad weiß man einfach scheißegal. So, das, äh, zwei verschiedene Services. Unlocator macht generell ein bisschen weniger Probleme. Es gibt da eine Sache, man muss denen immer mitteilen, was ist meine aktuelle IP, damit die das irgendwie zurück... Bla, keine Ahnung. Und das ist bei beiden so. Leider lassen sich nicht genau darüber aus, wie es technisch hundertprozentig funktioniert und ich habe es dann nicht ganz gerafft. Auf jeden Fall, ähm, musst du bei denen immer die IP aktualisieren. Was deine aktuelle, wirkliche IP ist. Ähm, wenn das mal nicht stimmt, dann geht bei, wenn du Smart-DNS-Proxy hast, geht mehr kaputt. Also dann geht halt plötzlich Google nicht mehr. Weil dann plötzlich sagt, äh, Google kenne ich nicht. Äh, ist komisch. Da stimmt das Zertifikat nicht natürlich, weil du dann irgendwie bei Smart-DNS-Proxy landest. Sobald du eine IP updatest, ist alles wieder gut. Ähm, bei Unlocator passiert das nicht. Smart-DNS-Proxy hat aber jetzt das schöne Feature, dass sie automatisch zum Beispiel einen dünn-DNS-Eintrag auslesen können. Damit aktualisiert sich deine IP jetzt immer automatisch. Ähm, von daher ist an der Stelle Smart-DNS-Proxy vielleicht der ganzen Sache vorzuziehen. Und, ähm, im Zweifel guckt man sich einfach beides mal an und spielt mit beiden ein bisschen. Ähm. 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 Aber um qualifiziert dann noch zu ergänzen, Unlocator hat den cooleren Namen. Ja, absolut. Und die bessere Webseite. Aber das ist, ich sag's jetzt mal so, die bekleckern sich da beide nicht mit Ruhm. Weiß die, also was den Namen angeht, definitiv hat Unlocator es ganz weit vorne. Aber was die Webseite angeht, pssch, naja. Ich surf das jetzt mal nicht. Also, ja, um's, um's, äh, kurz, also kurz zu sagen, sie machen halt wirklich alles von, von Netflix über Hulu, über, über die ganzen, äh, Seiten der, der, ähm, na, der Broadcast Networks. Also, wenn ihr, es ist natürlich, wenn ihr Amerikaner seid und mal wieder in Deutschland im Urlaub seid, so wie das halt bei unseren Hörern oft ist, dann ist es halt wirklich sehr gut. Oder wenn ihr Deutsche seid und dann ins Ausland fahrt und unbedingt ZDF MediaT gucken wollt, geht damit auch, zumindest mit Smarty und Xboxy. Die machen nämlich auch Deutsche und UK-Services. Wenn ihr also Briten seid und in Deutschland im Urlaub seid und ausnahmsweise mal wieder Doctor Who gucken wollt, dann geht es damit auch. Ähm, alle anderen Sachen, weil, bin ich nicht sicher, wie legal die sind, deswegen würde ich das nur für Urlaubsreisende empfehlen. Ja, natürlich. So wie fast alles Internet zu grundsätzlich, wie alt die für Urlaubsreisen ist. Das Internet der Urlaubsreise. Sehr schön. Ich meine, Alex, du kennst das ja auch immer, wenn du dein, dein, äh, Watchever-Abo nutzen möchtest, ja, grenzenlos Filme gucken. Nee, nee, kenn ich. Wie, nee, das ist auf dem Apple TV, das ist super, ich gucke jeden Tag. Nicht auf meinem, das ist nicht auf meinem, auf meinem Apple TV. Ja, aber auf meinem Apple TV und das ist, äh, total großartig, weil da, äh, ja, nee, es gibt einen Werbespot von Sky, glaube ich, wo so, äh, Pärchen sitzt vor dem, vor dem Watchever-artigen, äh, Angebot und versucht, was zu finden, so, nee, ist schlecht, ist schlecht, ist schlecht, kenne ich schon, kenne ich schon. Gibt halt nichts. Außer bei Sky, aus Sky ist ganz toll. Hier noch eine kleine Empfehlung am Rande, also wenn ihr jetzt irgendwie Finnland oder USA-Urlauber seid und hier in Deutschland euren Apple TV mitgenommen habt, einen in Deutschland Apple TV gekauft habt und den angeschlossen habt und dann ist da kein Netflix drauf, einfach das Land umstellen in den Einstellungen. Das ist, das ist cool, ne? Also dann die neue, die neue Apple TV-Version, die jetzt auch jetzt schon ein bisschen älter ist, aber die kann verschiedene Accounts beinhalten und da kannst du dich einfach aus- und einwählen. Ja, du musst, ja, aber du musst dafür nicht mal dein, jetzt irgendwie dich in den US-Account einloggen, sondern du kannst einfach sagen, ich möchte bitte Land. Achso, du kannst das Land auch in den USA haben und dann kriegst du halt plötzlich die Apps für dieses jeweilige Land. Ja, es ist aber, also ich habe jetzt da meinen iTunes-Account drin wegen, wegen Homesharing oder so, aber ich kaufe jetzt da echt keinen Film normalerweise. Das ist, was da drauf kommt, ist im Watch Ever tatsächlich und im Airplay. Na, und dann kommt das halt irgendwie vom iPhone, woher auch immer. Ja, Leo. Du musst das tatsächlich schon öfters mal. Ja, bitte. Wie viel, wie viel Bedeutung misst du denn dieser Wechsel deinen iTunes-Account, FAQ-Support, Apple-Dokument von dieser Woche, wie viel, wie viel Bedeutung misst du dem denn zu? Ich fand es lustig, dass die denen, das war offensichtlich wirklich ein, So, wie viel Bedeutung .